Ich kannte ihn noch gar nicht. Ich bis heute auch noch nicht. Wo seid ihr denn hingerannt? Ich bin gerade hier in einem Fachwerkhaus da. Okay, dann geh ich mal in die City. Du gehst einfach ohne uns in die City? Mhm. Sind wir hier nicht schon am Ende der Map? Ich glaube ja, ne? So ziemlich, ja. Wir sind schon ziemlich am westlichen Punkt. Westen, Westen, Westen. Also wirklich weiter nach Westen gehst du gar nicht mehr. Von welcher City, Alter? Na komm hier mit, dreh dich um, folg mir. Hast du mich noch gesehen? Ja, 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 ja. Okay. Ach da. Ich bin... Also bei Jonas muss ich mal wirklich fragen, ob der Wob... Irgendwie Wob-Orientierungsdienst hast du. Jonas findest du Wob-Tolz über dir aufs Klo? Ja, ganz selten mal. Man ist wahrscheinlich den Game sagt, du nur bei dir im Raum hast, ne? Ja, genau. Ach, was? Der Mülleimer tut's auch. Ich hab mir so ne Tüte... Ich hab mir so ne Tüte hängen, weißt du? Die es einfach hat zu sehen, weil den Mülleimer würde ich wahrscheinlich auch nicht finden, bei dem Zimmer. Ich hab sogar gehört, dass Jonas sich ein Katheter gelegt hat. Das ist richtig. Okay, da hab ich noch übrig gelassen von Krankenhaus. Ich hab gesagt, ja, ja, der ist schon gleich. Aber wahr, jetzt hab ich dem Uniklinikum Münster ein... Ein... Ingeklaut. Aber pscht, glaubst du jetzt keinem sagen, ne? Okay, ich ruf da gleich mal an. Ja? Nein, ich fahr da gleich vorbei. Ja, Münster ist doch nicht ein bisschen weit von ihr weg. Ach, das geht. Guck mal, da liegt noch ein Milchpack da auf dem Tisch. Ein Milchpack. Was zum Essen. Geil, Power-Milk. Ich hab noch eine 45er-ACP-Munition. Ach, das hab ich auch noch. Das ist ja für André. Da ist der André vorne weggelaufen. Mhm. Wo bist du denn, André? Mhm. Wo bist du? I feel hungry. I am in my house. Wem wir denn haben von uns? Ach, warum ich? Nur weil ich eine Frau bin, oder was? Du hast anziehen für ihn. Der ist ein Zombie, der guckt uns zu. Ja, der ist... Er hat uns gesehen. Er ist auf dich effizient. Er ist in einem Wahnsinn ins Tempo. Das wird neuer Weltrekord. Ach, das bist du. Hier, warte. Wird's die Monition haben? Äh, der ist ein Zombi, ne? Ich meine nur so. Er mag nicht. Okay, gut. Jetzt ruf ich dir. Da hängt zu sehr geil. Oh schade, jetzt ist es schon wieder weg. Erstmal ne Runde chillen. So, André, ich pack's dir hier. Dann hast du dir gleich hier unten aufm Boden liegen. Ach, da ist noch eine. What the fuck? Das war jetzt Rettung in letzter Sekunde. Na, ich muss wieder mal auf Video klicken. So. Hallo. Müsste ich von unten aufm Boden gleich da. Ja, ja, ich hab's. Ach, hast du? Äh, ich muss gerade Platz schaffen. Munition, willst du Munition haben? Halt dein Maul. Ich hab auch Munition. Er hat auch die 45er, glaub ich, für dich. Ah, Wali. Ich hab ein Sewing Kit. Ach, du hast dieses Kit? Ja, ich wüsste aber nicht, wofür ich das brauche. Ja, das ist damit irgendwie, damit du wieder mehr Farben und Krammer siehst nachher. Also quasi so Ersatzpaket für ein Blutpaket. Jetzt muss ich das auch noch irgendwie mitnehmen. Äh. Na komm, jetzt machen wir doch mal so ein Apfel. Ich kann's auch mitnehmen, wenn du willst. Nein, 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 nein. Geh mal da weg. Entschuldigung. Ja. Wollt ihr denn die Sachen dich klauen? Cool, mein Spiel hängen. Ey, Puppe. Nein, eins nicht mehr. Ey, Puppe. Schau mal die Augen, Kleines. Wie geil deine Lampe oben aus dem Payday-Maske rauskuckt. Geil, ne? Sexy, oder? Das ist ein geiler Screenshot, Alter. Hehehe. Hehehe. Guch mich. Hehehe. Und der andere, gestört in der Ecke. Hehehe. Hehehe. Was passiert eigentlich wenn ich jetzt auf die Betank schieße? Hehehe. 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 Hehehehe. Hehehe. Hehehehe. 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 Mama ich bin Zuhause Gaswälter ich glaube es soll irgendwie jetzt möglich sein das seitdem Oh Gott ich lass es besser sein es sollte euch jetzt möglich sein das er will bei Lacher Eichhäuser wenn wir nach links laufen kommen noch noch Kampenka das halte ich wohl hinter mir war scheiße komm mit Boxen sie kaputt doch er kann Jakob Kugel da die Städte doch er was tut jeder war war kämpfen okay ich kann man auch schon haben wir haben das war was zu gucken das steht noch mal da haben da haben wir auch bei Gott sei Dank an was für ein spannender Kampfer André Hoffmann Detlef Es ist von Spannung Komm noch zu überbieten hier Detlef versucht André zu packen Aber er schafft das einfach nicht André ist einfach zu schnell, zu flink Da sieht man eindeutig junger Hüpfer Gegen alten Klapprigen Krippel, der schon gestorben ist Und wieder von der Hüpfel ist Es sieht so aus, als wenn er aus der Damaica kommt Rechts auf den linken Arm Rechte Haken Hier, schöne Kombination hier von André Hoffmann Ja, genau so macht man das Rechtskombination, nirgends antäuschen mit rechts voll durchziehen Boah, Alter Da geht man keine Chance, oder? Habt ihr das gesehen? Der Kinnhaken Ja, wunderschön Der hat es ihm jetzt richtig gegeben Das hat es ihm richtig Also, ganz klarer Sieger hier, auch nach Punkten Wenn es nicht K.O. gewesen wäre, ganz klar nach Punkten für André Hoffmann Also, dann gibt es gar nichts hierzu Warte Und so Hat er es jetzt gemacht? Naja Meine Herren, dürfe ich Sie bitten? Ja, was gibt's, mein Herr? Sollen wir nicht mal weitergehen? Ne, ich drehe mich gerade so schön Weiß auch nicht Vogel Wie spät haben wir es denn eigentlich? Uch, mein Gott Wett Ist das schon wieder 0 Uhr 3, wie sich? 0 Uhr 22, jetzt übertreiben wir nicht Ich hab aufgerundet Ab 2 rollt man auf? Ich dachte, mal ab 5 Das ist ein Gerücht Achso Wurde mir also falsch La 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 Mathelehrer, sei verflucht La 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 Ey, ich geh auf dem Trip oder was? Ich kann fliegen Ich hab nix Bin ich Ich könnte dir jetzt nen Sack überstellen Vertraue es bei mir André Nein Lettwas, Klaus Das ist weiter unten Ist aber weiter unten eingeschlagen Als ich gezielt hab Gucken, hab ich sowas hier bei? Ich hab jetzt noch ein bisschen Angst Habe ich es? Habe ich Nein, ich hab's leider nicht Glück gehabt, Ali Warum wolltest du mich Wolltest du mir Handschellen anlegen? Hände da oben auf den Boden Welche Tassen ist denn das? Hände da oben auf den Boden Wer schon denkt ich, du? F2 Das ist aber bloß Hände hoch Ja, und dann X Achso, dann X Du da! Töte dich selbst Und du? Lass mir ein Lass mir ein Anniere Andersrum Tun sie mir nichts Tun sie mir nichts Sie haben eine Munition bekommen Okay Ich werde jetzt so tun Als ob ich dich hier niemals gesehen habe Und werde mir selber die Kugel geben Okay Und du rennst einfach schnell weg In welche Richtung? Ähm In Zwischen meine Beine Ähm Ähm Ja Ähm Ähm Moment mal kurz Ähm Ähm Oh Gott diese Entscheidung Ich weiß es, ich weiß es, ich hab die Idee Ich weiß es, ich weiß es, ich hab die Idee Moment mal Die Seite denn alle Hallo Töte ihn, töte ihn, töte ihn Genau Hallo Hallo Wo seid ihr? Ich, warum schießt du? Hallo Ah Schon wieder einer? Ja, ja, schon wieder einer Ich war gerade wieder bei den Video-Settings Wir sind hier den Berg hochgelaufen, André So will ich auch mal der Hauptstraße folgen? Wobei dieser Straße hier folgen Ich hab noch Schmerzen Ich hab da gerade jemand gesehen Und ich glaube ich muss den jetzt abschießen Blutrausch Du da Hände nach oben Auf den Boden Auf den Boden Ich hab schon gesagt Es geht nicht Es geht nicht Es geht nicht, mein Hirn Eine Bewegung Und du frisst meinen Schwanz Hm Was könnte man denn jetzt mit dir machen? Mal überlegen Hm, hm Oh ja, ich weiß was ich mach Jonas Jetzt Fährt dir nicht etwas auf, André? Ich hab keine Magnum mehr Ähm Das ist gar kein Problem Weil Du kriegst Guck mal wer da kommt Ähm Hände hoch Nein, ich Du auf den Wali, 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 auf den Nein, nicht Eine falsche Bewegung Auf die Knie Äh Schön langsam runter Und die Hände dahin, wo ich sie sehen kann Ja, schön Hör mich aufzudrehen, das nervt Wollen sie jetzt ihren wackelbarmigen Windhosenkamerad Äh 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 Ich würd ganz gerne dir jetzt echt mal so einen Strohsack auf den Kopf setzen So einen Kartoffelsack, aber das geht glaube ich nicht, ne? Wenn du den Helm auf hast Weiß ich nicht Hast du äh Hast du äh, hast der Wasser mit oder? Ja sicher Natürlich Warte mal Warte, 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 warte Das Ding muss ich noch irgendwie Wieso kann ich eigentlich nicht mal meine Waffen ausfehlen? Gerade Ne Ahnung Versuch mal jetzt Meine Hotkeys funktionieren gar nicht mehr Okay Momentchen Vielleicht möchte ich das Ding auch erst mal ein Ding ins Tun Machen wir unten ins Inventar rein Naja, genau Ich meine jetzt auch gerade Ich seh nix mehr Von mir hast du noch gar nix drüber Ja, von mir auch noch nicht Wie kann ich das denn auch? Kann ich jetzt noch was essen? Hunger Na komm schon, mach jetzt Ich hab eh vom Jetzt, jetzt Ist da ein Loch drüber? Ist da ein Loch drüber? Nein, das ist meine Brille Achso Wie geil Das erinnert mich so an den Batman-Typen, Alter Ein Stairscore meinst du? Ja Richtig hammergeil Geh ich das Ding jetzt nochmal wieder ab? Ich weiß nicht, wie es jetzt wieder abgeht Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe Wo bin ich? Hallo? 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 Mama? Ey, wieso kann ich meine Hotkeys eigentlich nicht mehr ausleihen? Hallo? Hahaha Hahaha Ich weiß keine Scherze mehr Hahaha Wie geil Warte dann Komm mal her, ich brauche jetzt den Gerd zu nehmen Wo bin ich? Ich schätze, ich kann dir sie nicht abnehmen Du musst stillhalten, André glaube ich, damit das geht Gib dich nochmal, vielleicht geht's dann wieder Ich kann's grad nicht abnehmen Hahaha Das sieht aus Nee, du musst vielleicht hinknien, du musst vielleicht wieder hinknien Aber bin ich jetzt gekniet? Ja Aber du holst weg, warte mal Es geht einfach nicht Warte, soll ich mal probieren? Ja, mach du mal Vielleicht geht's besser aus der First Person oder sowas Ich hab mir auch grad schon gedacht Jetzt Jetzt ist er ab Jetzt ist er ab Oh, geil Toll, ich kann doch immer nichts sehen Das dauert wahrscheinlich kurz Das dauert wieder ein bisschen Du guckst gerade nach unten Ich will's gar nicht, wie's aussieht So Amdadel Amdadel Hahaha Wie geil es aussieht Hahaha Ah, schön Warte, wo muss ich schon mal draufdrücken, damit das... Achso, auf... Äh... Konfiguration, einfach bloß einmal auf Video drücken Wenn jemand die Palier Maske haben will, ne? Nee, danke Ich will meinen Helm haben Der liegt hier vorne irgendwo noch Fühl mich mal dahin Wahrscheinlich hier unten irgendwo, ne? Hier Ja, nein Na, ein bisschen weiter nach rechts Nein, andere... Nein, nein, komplett... Jaja, ist okay, und jetzt sehen wir gerade aus Du bist so der Arsch Der hat die falsche Richtung an Dreh dich mal, dreh dich mal Weiter 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 Noch ein Stückchen Und jetzt gerade aus Einfach Ich kann ihn nicht aufsetzen Das sieht auch aus wie der Suff Mit Gesenkt im Haupt Ah, so schön Du hast mich verbackt Jonas Disconnecte doch noch einmal und komm wieder rauf Boah, das bringt nichts Doch jetzt bist du wieder normal bei mir Jetzt bist du wieder normal auf jeden Fall Ich nehme meinen Helm auf Ich nehme meinen Helm auf Ah, sah aber witzig aus War lustig Ja, richtig lustig Ja, guck mal, das Ding doch immer auf Äh, die Maske doch immer auf Ne, jetzt hat er den Helm wieder auf von mir Ja, jetzt hat er den Helm wieder auf Ja, jetzt hat er den Helm wieder auf Geil, du, so kann man Sachen duplizieren, oder was? Da liegt jetzt wieder ein Sonntag Kalt auf dem Boden Und ich habe einen in meinem Inventar Ja, cool So, jetzt mal wieder Ernsthaftigkeit Das Leben ist mal wieder hier Hier, hier, hier Und so Der danst erstmal Wohin jetzt? Äh, äh, äh Okay, Pause Ah, ich habe Pause Pause? Oh, ich habe es im Kreuz Okay, dann machen wir eine Pause Okay Gut, bis zum nächsten Mal